a. Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, Herrschaft und Knechtschaft. Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als ein anerkanntes. Der Begriff dieser seiner Einheit in seiner Verdoppelung, der sich im Selbstbewusstsein realisierenden Unendlichkeit, ist eine vielseitige und vieldeutige Verschränkung, sodass die Momente derselben teils genau auseinandergehalten, teils in dieser Unterscheidung zugleich auch als nicht unterschieden oder immer in ihrer entgegengesetzten Bedeutung genommen und erkannt werden müssen. Die Doppelsinnigkeit des Unterschiedenen liegt in dem Wesen des Selbstbewusstseins, unendlich oder unmittelbar das Gegenteil der Bestimmtheit, in der es gesetzt ist, zu sein. Die Auseinanderlegung des Begriffs dieser geistigen Einheit in ihrer Verdoppelung stellt uns die Bewegung des Anerkennens dar. Es ist für das Selbstbewusstsein ein anderes Selbstbewusstsein. Es ist außer sich gekommen. Dies hat die gedoppelte Bedeutung. Erstlich, es hat sich selbst verloren, denn es findet sich als ein anderes Wesen. Zweitens, es hat damit das Andere aufgehoben, denn es sieht auch nicht das Andere als Wesen, sondern sich selbst im Anderen. Es muss dies sein Anderssein aufheben. Dies ist das Aufheben des ersten Doppelsinnes und darum selbst ein zweiter Doppelsinn. Erstlich, es muss darauf gehen, das Andere, selbstständige Wesen aufzuheben, um dadurch seiner als des Wesens gewiss zu werden. Zweitens geht es hiermit darauf, sich selbst aufzuheben, denn dies Andere ist es selbst. Dies doppelsinnige Aufheben seines doppelsinnigen Andersseins ist ebenso eine doppelsinnige Rückkehr in sich selbst. Denn erstlich, er hält es durch das Aufheben sich selbst zurück, denn es wird sich wieder gleich durch das Aufheben seines Andersseins. Zweitens aber, gibt es das Andere Selbstbewusstsein ihm wieder ebenso zurück, denn es wahr sich im Anderen. Es hebt dies Seinsein im Anderen auf, entlässt also das Andere wieder frei. Diese Bewegung des Selbstbewusstseins in der Beziehung auf ein anderes Selbstbewusstsein ist aber auf diese Weise vorgestellt worden als das Tun des Einen. Aber dieses Tun des Einen hat selbst die gedoppelte Bedeutung, ebenso wohl Seintun als das Tun des Anderen zu sein. Denn das Andere ist ebenso selbstständig, in sich beschlossen, und es ist nichts in ihm, was nicht durch es selbst ist. Das Erste hat den Gegenstand nicht vor sich, wie er nur für die Begierde zunächst ist, sondern einen für sich seienden Selbstständigen, über welchen es darum nichts für sich vermag, wenn er nicht an sich selbst dies tut, was es an ihm tut. Die Bewegung ist also schlechthin die gedoppelte beider Selbstbewusstseine. Jedes sieht, dass Andere dasselbe tun, was es tut. Jedes tut selbst, was es an das Andere fordert und tut darum, was es tut, auch nur insofern, als dass Andere dasselbe tut. Das einseitige Tun wäre unnütz, weil, was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann. Das Tun ist also nicht nur insofern doppelsinnig, als es Eintun eben sowohl gegen sich als gegen das Andere, sondern auch insofern, als es ungetrennt eben sowohl das Tun des Einen als des Anderen ist. In dieser Bewegung sehen wir sich den Prozess wiederholen, der sich als Spiel der Kräfte darstellte, aber im Bewusstsein. Was in jenem für uns war, ist hier für die Extreme selbst. Die Mitte ist das Selbstbewusstsein, welches sich in die Extreme zersetzt. Und jedes Extrem ist diese Austauschung seiner Bestimmtheit und absoluter Übergang in das Entgegengesetzte. Als Bewusstsein aber kommt es wohl außer sich. Jedoch ist es in seinem Außer-sich-Sein zugleich in sich zurückgehalten, für sich, und sein Außer-sich ist für es. Es ist für es, dass es unmittelbar anderes Bewusstsein ist und nicht ist. Und ebenso, dass dies Andere nur für sich ist, indem es sich als für sich Seiendes aufhebt und nur im Für-sich-Sein des Anderen für sich ist. Jedes ist dem Anderen die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt und jedes sich und dem Anderen unmittelbares, für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Dieser reine Begriff des Anerkennens, der Verdoppelung des Selbstbewusstseins in seiner Einheit ist nun zu betrachten, wie sein Prozess für das Selbstbewusstsein erscheint. Er wird zuerst die Seite der Ungleichheit beider darstellen oder das Heraustreten der Mitte in die Extreme, welche als Extreme sich entgegengesetzt sind und von welchen das eine nur Anerkanntes, das andere nur Anerkennendes ist. Das Selbstbewusstsein ist zunächst einfaches Für-sich-Sein, sich selbstgleich, durch das Ausschließen alles Anderen aus sich. Sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm, ich. Und es ist in dieser Unmittelbarkeit oder in diesem Sein seines Für-sich-Seins Einzelnes. Was anderes für es ist, ist als unwesentlicher mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand. Aber das Andere ist auch ein Selbstbewusstsein. Es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf. So unmittelbar auftretend sind sie füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände. Selbstständige Gestalten In das Sein des Lebens, denn als Leben hat sich hier der seiende Gegenstand bestimmt, versenkte Bewusstseine, welche füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion, alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein des sich selbstgleichen Bewusstseins zu sein, noch nicht vollbracht oder sich einander noch nicht als reines Für-sich-Sein, d.h. als Selbstbewusstseine, dargestellt haben. Jedes ist wohl seiner selbst gewiss, aber nicht des anderen, und darum hat seine eigene Gewissheit von sich noch keine Wahrheit. Denn seine Wahrheit wäre nur, daß sein eigenes Für-sich-Sein sich ihm als selbstständiger Gegenstand oder, was dasselbe ist, der Gegenstand sich als diese reine Gewissheit seiner selbst dargestellt hätte. Dies aber ist nach den Begriffen des Anerkennens nicht möglich, als daß wie der andere für ihn, so er für den Anderen jeder an sich selbst durch sein eigenes Tun und wieder durch das Tun des Anderen diese reine Abstraktion des Für-sich-Seins vollbringt. Die Darstellung seiner, aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewusstseins besteht darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen oder es zu zeigen, an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die allgemeine Einzelheit des Daseins überhaupt nicht, nicht an das Leben geknüpft zu sein. Diese Darstellung ist das gedoppelte Tun, Tun des Anderen und Tun durch sich selbst. Insofern es Tun des Anderen ist, geht also jeder auf den Tod des Anderen. Darin aber ist auch das Zweite, das Tun durch sich selbst, vorhanden, denn jedes schließt das Daransetzen des eigenen Lebens in sich. Das Verhältnis bei der Selbstbewusstsein ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer Selbst für sich zu sein, zur Wahrheit an dem Anderen und an ihnen selbst erheben. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass dem Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise, wie es auftritt, nicht sein Versenktsein in die Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern, dass an ihm nichts vorhanden, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, dass es nur reines für sich sein ist. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden, aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Ebenso muss jedes auf den Tod des Anderen gehen, wie es sein Leben daran setzt. Denn das Andere gilt ihm nicht mehr als es selbst. Sein Wesen stellt sich ihm als ein anderes dar. Es ist außer sich. Es muss sein außer sich sein aufheben. Das Andere ist mannigfaltig befangenes und seiendes Bewusstsein. Es muss sein anders sein als reines für sich sein oder als absolute Negation anschauen. Diese Bewährung aber durch den Tod hebt ebenso die Wahrheit, welche daraus hervorgehen sollte, als damit auch die Gewissheit seiner selbst überhaupt auf. Denn wie das Leben die natürliche Position des Bewusstseins, die Selbstständigkeit ohne die absolute Negativität ist, so ist er die natürliche Negation desselben, die Negation ohne die Selbstständigkeit, welche also ohne die geforderte Bedeutung des Anerkennens bleibt. Durch den Tod ist zwar die Gewissheit geworden, dass beide ihr Leben wagten und es an ihnen und an dem anderen verachteten, aber nicht für die, welche diesen Kampf bestanden. Sie heben ihr in dieser fremden Wesenheit, welches das natürliche Dasein ist, gesetztes Bewusstsein, oder sie heben sich auf und werden als die für sich sein wollende Extreme aufgehoben. Es verschwindet aber damit aus dem Spiel des Wechsels das wesentliche Moment, sich in Extreme entgegengesetzter Bestimmtheiten zu zersetzen und die Mitte fällt in eine tote Einheit zusammen, welche in tote, bloß seiende, nicht entgegengesetzte Extreme zersetzt ist und die beiden geben und empfangen sich nicht gegenseitig voneinander durch das Bewusstsein zurück, sondern lassen einander nur gleichgültig als Dinge frei. Ihre Tat ist die abstrakte Negation, nicht die Negation des Bewusstseins, welches so aufhebt, dass es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält und hiermit sein Aufgehoben werden überlebt. In dieser Erfahrung wird es dem Selbstbewusstsein, dass ihm das Leben so wesentlich als das reine Selbstbewusstsein ist. Im unmittelbaren Selbstbewusstsein ist das einfache Ich der absolute Gegenstand, welcher aber für uns oder an sich die absolute Vermittlung ist und die bestehende Selbstständigkeit zum wesentlichen Momente hat. Die Auflösung jener einfachen Einheit ist das Resultat der ersten Erfahrung. Es ist durch sie ein reines Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein gesetzt, welches nicht rein für sich, sondern für ein anderes, das heißt als seiendes Bewusstsein oder Bewusstsein in der Gestalt der Dingheit ist. Beide Momente sind wesentlich, da sie zunächst ungleich und entgegengesetzt sind und ihre Reflexion in die Einheit sich noch nicht ergeben hat, so sind sie als zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins. Die eine das Selbstständige, welchem das Für-sich-Sein, die andere das Unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist. Jenes ist der Herr, dies der Knecht. Der Herr ist das für sich seiende Bewusstsein, aber nicht mehr nur der Begriff desselben, sondern für sich seiendes Bewusstsein, welches durch ein anderes Bewusstsein mit sich vermittelt ist, nämlich durch ein solches, zu dessen Wesen es gehört, dass es mit selbstständigem Sein oder der Dingheit überhaupt synthetisiert ist. Der Herr bezieht sich auf diese beiden Momente, auf ein Ding als solches, den Gegenstand der Begierde und auf das Bewusstsein, dem die Dingheit das Wesentliche ist und indem er a. als Begriff des Selbstbewusstseins unmittelbare Beziehung des Für-sich-Seins ist, aber b. nunmehr zugleich als Vermittlung oder als ein Für-sich-Sein, welches nur durch ein anderes Für-sich-Ist, so bezieht er sich a. unmittelbar auf beide und b. mittelbar auf jedes durch das andere. Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbstständige Sein, denn eben hieran ist der Knecht gehalten. Es ist seine Kette, von der er im Kampfe nicht abstrahieren konnte und darum sich als unselbstständig, seine Selbstständigkeit in der Dingheit zu haben, erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies sein, denn er erwies im Kampfe, dass es ihm nur als ein negatives gilt. Indem er die Macht darüber, dies sein, aber die Macht über den anderen ist, so hat er in diesem Schlusse diesen anderen unter sich. Ebenso bezieht sich der Herr mittelbar durch den Knecht auf das Ding. Der Knecht bezieht sich als Selbstbewusstsein überhaupt auf das Ding, auch negativ, und hebt es auf. Aber es ist zugleich selbstständig für ihn, und er kann darum durch sein Negieren nicht bis zur Vernichtung mit ihm fertig werden, oder er bearbeitet es nur. Dem Herrn dagegen wird durch diese Vermittlung die unmittelbare Beziehung als die reine Negation desselben oder der Genuss. Was der Begierde nicht gelang, gelingt ihm, damit fertig zu werden und im Genusse sich zu befriedigen. Der Begierde gelang dies nicht wegen der Selbstständigkeit des Dinges. Der Herr aber, der den Knecht zwischen es und sich eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbstständigkeit des Dinges zusammen und genießt es rein. Die Seite der Selbstständigkeit aber überlässt er dem Knechte, der es bearbeitet. In diesen beiden Momenten wird für den Herrn sein anerkannt sein durch ein anderes Bewusstsein. Denn dieses setzt sich in ihnen als Unwesentliches. Einmal in der Bearbeitung des Dinges, das andere Mal in der Abhängigkeit von einem bestimmten Dasein. In beiden kann es nicht über das Sein Meister werden und zur absoluten Negation gelangen. Es ist also hierin dies Moment des Anerkennens vorhanden, dass das andere Bewusstsein sich als Für-Sich-Sein aufhebt und hiermit selbst das tut, was das Erste gegen es tut. Ebenso das andere Moment, dass dies Tun des Zweiten das eigene Tun des Ersten ist. Denn was der Knecht tut, ist eigentlich Tun des Herrn. Diesem ist nur das Für-Sich-Sein das Wesen. Er ist die reine negative Macht, der das Ding Nichts ist und also das reine wesentliche Tun in diesem Verhältnisse. Der Knecht aber ein nicht reines, sondern unwesentliches Tun. Aber zum eigentlichen Anerkennen fehlt das Moment, dass was der Herr gegen den anderen tut, er auch gegen sich selbst und was der Knecht gegen sich er auch gegen den anderen tue. Es ist dadurch ein einseitiges und ungleiches Anerkennen entstanden. Das unwesentliche Bewusstsein ist hierin für den Herrn der Gegenstand, welcher die Wahrheit der Gewissheit seiner Selbst ausmacht. Aber es erhält, dass dieser Gegenstand seinem Begriffe nicht entspricht, sondern dass darin, worin der Herr sich vollbracht hat, ihm vielmehr ganz etwas anderes geworden als ein selbstständiges Bewusstsein. Nicht ein solches ist für ihn, sondern vielmehr ein unselbstständiges. Er ist also nicht des Für-Sich-Seins als der Wahrheit gewiß, sondern seine Wahrheit ist vielmehr das unwesentliche Bewusstsein und das unwesentliche Tun desselben. Die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewusstseins, aber wie die Herrschaft zeigte, dass ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteile dessen werden, was sie unmittelbar ist. Sie wird als in sich zurückgedrängtes Bewusstsein in sich gehen und zur wahren Selbstständigkeit sich umkehren. Wir sahen nur, was die Knechtschaft im Verhältnis der Herrschaft ist. Aber sie ist Selbstbewusstsein und was sie hiernach an und für sich selbst ist, ist nun zu betrachten. Zunächst ist für die Knechtschaft der Herr das Wesen. Also das selbstständige für sich seiende Bewusstsein ist ihr die Wahrheit, die jedoch für sie noch nicht an ihr ist. Allein sie hat diese Wahrheit der reinen Negativität und des Für-Sich-Seins in der Tat an ihr selbst. Denn sie hat dieses Wesen an ihr erfahren. Dies Bewusstsein hat nämlich nicht um dieses oder jenes noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen, denn es hat die Furcht des Todes des absoluten Herrn empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert und alles fixe hat in ihm gebebt. Diese reine allgemeine Bewegung des absolut flüssig werden alles bestehens ist aber das einfache Wesen des Selbstbewusstseins die absolute Negativität das reine Fürsich Sein das hiermit an diesem Bewusstsein ist. Dies Moment des reinen Fürsich Seins ist auch für es denn im Herrn ist es ihm sein Gegenstand es ist ferner nicht nur diese allgemeine Auflösung überhaupt sondern im Dienen vollbringt es sie wirklich Es hebt darin in allen einzelnen Momenten seine Anhänglichkeit an natürliches Dasein auf und arbeitet dasselbe hinweg Das Gefühl der absoluten Macht aber überhaupt und im Einzelnen des Dienstes ist nur die Auflösung an sich und ob zwar die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist so ist das Bewusstsein darin für es selbst nicht das für sich sein Durch die Arbeit kommt es aber zu sich selbst In dem Momente welches der Begierde im Bewusstsein des Herrn entspricht schien dem Dienenden Bewusstsein zwar die Seite der unwesentlichen Beziehung auf das Ding zugefallen zu sein in dem das Ding darin seine Selbstständigkeit behält Die Begierde hat sich das reine Negieren des Gegenstandes und dadurch das unvermischte Selbstgefühl vorbehalten Diese Befriedigung ist aber deswegen selbst nur ein Verschwinden denn es fehlt ihr die gegenständliche Seite oder das Bestehen die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet die negative Beziehung auf den Gegenstand wird zur Form desselben und zu einem Bleibenden weil eben dem Arbeitenden der Gegenstand Selbstständigkeit hat Diese negative Mitte oder das formierende Tun ist zugleich die Einzelheit oder das reine Für-Sich-Sein des Bewusstseins welches nun in der Arbeit außer es in das Element des Bleibens tritt Das arbeitende Bewusstsein kommt also hierdurch zur Anschauung des selbstständigen Seins als seiner Selbst Das Formieren hat aber nicht nur diese positive Bedeutung dass das dienende Bewusstsein sich darin als reines Für-Sich-Sein zum Seienden wird sondern auch die negative gegen sein erstes Moment die Furcht Denn in dem Bilden des Dinges wird ihm die eigene Negativität sein Für-Sich-Sein nur dadurch zum Gegenstande dass es die entgegengesetzte seiende Form aufhebt Aber dies gegenständliche Negative ist gerade das fremde Wesen vor welchem es gezittert hat Nun aber zerstört es dies fremde Negative setzt sich als ein solches in das Element des Bleibens und wird hierdurch für sich selbst ein Für-Sich-Seiendes Im Herrn ist ihm das Für-Sich-Sein ein anderes oder nur für es In der Furcht ist das Für-Sich-Sein an ihm selbst In dem Bilden wird das Für-Sich-Sein als sein eigenes für es und es kommt zum Bewusstsein dass es selbst an und für sich ist Die Form wird dadurch dass sie hinaus gesetzt wird ihm nicht ein anderes als es denn eben sie ist sein reines Für-Sich-Sein das ihm darin zur Wahrheit wird Es wird also durch dies Wiederfinden seiner durch sich selbst eigener Sinn gerade in der Arbeit worin es nur fremder Sinn zu sein schien Es sind zu dieser Reflexion die beiden Momente der Furcht und des Dienstes überhaupt sowie des Bildens notwendig und zugleich beide auf eine allgemeine Weise Ohne die Zucht des Dienstes und Gehorsams bleibt die Furcht beim formellen Stehen und verbreitet sich nicht über die bewusste Wirklichkeit des Daseins Ohne das Bilden bleibt die Furcht innerlich und stumm und das Bewusstsein wird nicht für es selbst Formiert das Bewusstsein ohne die erste absolute Furcht so ist es nur ein eitler eigener Sinn denn seine Form oder Negativität ist nicht die Negativität an sich und sein Formieren kann ihm daher nicht das Bewusstsein seiner als des Wesens geben hat hat es nicht die absolute Furcht sondern nur einige Angst ausgestanden so ist das negative Wesen ihm ein äußerliches geblieben seine Substanz ist von ihm nicht durch und durch angesteckt in dem nicht alle Erfüllungen seines natürlichen Bewusstseins wankend geworden gehört es an sich noch bestimmtem Sein an der eigene Sinn ist Eigensinn eine Freiheit welche noch innerhalb der Knechtschaft stehen bleibt so wenig ihm die reine Form zum Wesen werden kann so wenig ist sie als Ausbreitung über das Einzelne betrachtet allgemeines bilden absoluter Begriff sondern eine Geschicklichkeit welche nur über einiges nicht über die allgemeine Macht und das ganze gegenständliche Wesen mächtig ist